Hallo, herzlich willkommen zurück beim Castellator. Da sind wir wieder mit Tron 2.0 in der grünen Hölle. Vorne ist dein, unser, Barster User. Aha. Ja, willkommen in der Hölle. Wow, das hat mir jetzt so viel gebracht. Wow, ich hab mich erschreckt durch mein Licht. Meine fucking Lampe, also meine fucking Tischlampe, ist smart. Ich hab's ja so programmiert, dass das Wetter anhand von Farben anzeigen kann. Ja, vielleicht erinnert sich einige von euch noch daran. Das Wetter stand auf blau. Blau für Regen. Es ist hier gerade wieder in den Normalbetrieb übergegangen und ich hab mich voll erschrocken. Naja, bei gutem Wetter oder, oder halt gutem Wetter. Ob sie wieder weiß. Ob das das mein Ziel ist? Wo hab ich gesprächert? Da hab ich gesprächert. Gut gemacht, Kashi. Ach, das erklärt... Ah, okay, das erklärt doch den Weg hier runter. Ja, das erklärt's. Wir haben alle fünf Upgrade-Punkte. Ah, rein in die Hölle. Ich dachte, ich... Wow, er hat den Level-Transfer gemacht, obwohl ich gestorben bin. Das spiel, du bist gut. Du warst mir eine echte Plage, Frau. Schau, wie schwach und jämmerlich du bist. Es wäre Zeit, der Herrschaft der Korruption am Ende zu setzen. Colonel, warten Sie! Was ist das? Dad, lass mich das besser machen. Oh, nein. Warte, Colonel. Wie war der Kaffer-Pick da raus? Super, la. 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 Ich bin gestorben. Ach, und hier bin ich jetzt wieder. Oh, dieses Spiel macht mich fertig. Hä? Äh? Lol. Und hier bin ich wieder. Also, er hat den Save nicht überschrieben. Er hat mich einfach nur wieder hingesetzt. Okay. Vielleicht hätte ich noch besser laufen sollen. Äh, vielleicht hätte ich noch besser laufen sollen. Ich bin natürlich wieder Kalibr. So, ja. Hier ist irgendwas anders. Ich stehe nicht scheppel, ne? Der Hammer. Ich hab ihn getroffen, ne? Boah, wie viel hätten der Kernel aus, Digga? Kernel besiegt. Ich bin so müde und ich schäme mich. Elfcon bot mir einen Preis, den ich nicht abnehmen konnte, aber es war meine eigene Gier, die mich jeher gefällt hat. Wie konnte ich wissen, dass es die Korrekturalgorithmen wirklich gab? Elfcon hat Mithria. Sie haben die Algorithmen. Jetzt kann sie niemand mehr aufhalten. Sie waren ein Teil des ursprünglichen Clans. Wo halten sie Mithria gefangen? Auf ihrem eigenen Server, aber der lässt sich nicht durchdrehen. Eine massive Firewall schützt den einzigen Pfad, der hineinführt. Es muss einen anderen Weg geben. Gibt es ein ratloses Einwahlverfahren, das die Firewall vollständig umgeht? Wie ist die Nummer? Konnte ich mir nie merken, hab sie auf meinem PDA gespeichert. Funktioniert das? Warum nicht? Form, ist Ihr PDA zur Zeit an das Netzwerk angeschlossen? Ja. Nicht aufgeben. Wenn wir die Algorithmen kriegen, können wir den Schaden vielleicht invertieren. Körnel hat er nicht. Ich bin schwach und anseelig. Lass uns den Datenport suchen und von hier verschwinden. Lass uns den Datenport suchen und von hier verschwinden. Mach schon. Ich hätte Thor nach dem Passwort fragen müssen. Ich weiß nicht. Das ist nicht das Passwort. Bitte verschwinde. OS. Ich brauche die Einwahlnummer für F-Corns eigenständigen Server. Geh. Ich muss mich um wichtige Operationen kümmern. Was ist mit meinem Vater passiert? Wir haben den Port zusammen betreten. Ich kann immer nur ein Programm gleichzeitig unterstützen. Ich muss mich umgeheißen. Aber ich muss mich umgeheißen. Ich muss mich umgeheißen. Wow. Wow. So wenig Auswahlmöglich. Boah. Also erstmal dich, weil du gut bist. Minimal Schutz. Look auf, auch wieder dabei Ich hoffe, wieder zukommen zu einem F-Kunden-Zweck Dein Ernst, OS? Ah, scheiß Kontrolleinheiten Systemfunktion online, Komponenten-Energieverbrauch erhöht Ich höre hier ganz schön viele von den scheiß Viechern Jo Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich den Energieverbrauch erhöhen, damit das System... Ja Damit das System kritisch wird Äh, ah, hier, Beförderung an vorn Es tut mir leid, hier mitteilen zu müssen, dass der Vorstand beschlossen hat, sie im Moment nicht zum Vizepräsident für innere Sicherheit zu befördern Mr. Gips lässt ihnen seine Entschuldigung übermitteln, er wollte es ihnen lieber persönlich sagen, doch wie sie wissen, ist er gerade auf Geschäftsreise in Asien unterwegs Das war fast wie ein eigener Postgegner hier Systemfunktion online, Komponenten-Energieverbrauch erhöht Oh, kein Aufzug So, seine Plattform liebe Wegschiebt Systemfunktion offline, Komponenten-Systemfunktion online, Komponenten-Energieverbrauch erhöht Okay, ich muss dagegen kämpfen, dass sie ihr eigenes System wieder ausschaltet Okay, also dann sind die kleinen Dinger Energiefinder Gut zu wissen Ich habe nicht gespeichert, he Kashi, du bist wunderbar, du hast dich gespeichert, bist voll Systemfunktion online, Komponenten-Energieverbrauch erhöht Baby, speichere das jetzt, he Ich sollte mein Leben auftanken, ist mir gerade aufgefallen Sonst kann die Reise sehr schnell wieder enden Achja, sie explodieren auch wenn ich... Viel macht auch Schaden, wenn sie neben mir explodieren Kann ich das nur übersehen Ja, meine Radios gesehen Das man soll jetzt schalten Ach ja, ich bin ein kleines Schlecher Ich sollte die Barsch bauen Du zuerst lagen Wenn das jetzt Navigieren Da dod 35 Und ansonstant Oh In Ernst Ich muss wirklich dagegen ankämpfen, dass ihr Scheißlinge Dinge ausmacht Während ihr die Chance habt, mich umzubringen Ach, herrlich Why not Ich kann mich sogar in euren Löchern hören, das ist so belastend System Funktion Online, Komponenten Energieverbrauch erhöht Tu das nicht, ich forber Energie für meine Operationen Energieerhaltungsspinder aktiviert Da, Schatze, bleibt nur ein ordentliches Fick nicht System Funktion Online, Komponenten Energieverbrauch gesenkt Oh Irgendwo schaltest du das, was das offline geschaltet Wieso? Energieerhaltungsspinder aktiviert So kann ich nicht arbeiten Komponenten Energieverbrauch gesenkt System Funktion Online, Komponenten Energieverbrauch erhöht System Funktion Online, Komponenten Energieverbrauch erhöht Komponenten Energieverbrauch erhöht So kann ich nicht arbeiten Energieerhaltungsspinder aktiviert Tja, also Mit einer Ein gemeinsamer Freund hat mir vorgeschlagen Um mich einmal wegen um glücklicher freier Mitarbeiter an sie zu wenden, auch wenn nicht der Zeit weiter der Sicherheitsdienst bei ENCOM Arbeiter erlaubt es mir meinen Vertrag, jedoch ein glücklicher freier Mitarbeiter würde mich sehr freuen, wenn wir nicht sein, wohnen. Im Ernst, so kann ich nicht arbeiten? System Funktion Online, Komponenten Energieverbrauch erhöht. Ah, da ist ein Karten. Im Endeffekt muss ich mich die ganze Zeit beeilen. Die ganze Zeit. Ich nervt, dass ich nicht wenden kann. System Funktion Online, Komponenten Energieverbrauch erhöht. Energieerhaltung Spender aktiviert. Schon ein bisschen Belastung. System Funktion Online, Komponenten Energieverbrauch gesenkt. Das muss noch eine einfache Möglichkeit geben. Energieerhaltung Spender aktiviert. System Funktion Online, Komponenten Energieverbrauch gesenkt. Seid nervig, was wisst ihr, ne? Ich hoffe, dass wisst ihr, dass ihr nervig seid. Energieerhaltung. System Funktion Online, Komponenten Energieverbrauch erhöht. System Funktion Online, Komponenten Energieverbrauch erhöht. System Funktion Online, Komponenten Energieverbrauch gesenkt. System Funktion Online, Komponenten Energieverbrauch erhöht. System Funktion Online, Komponenten Energieverbrauch erhöht. System Funktion города, Komponenten alot. System Funktion Online, Komponenten Energieverbrauch Biös. System Prof cachkipen radiert. System Funktion Online, Komponenten Energieverbrauch envy, Komponenten innerhalb ab 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 ab. Ja, das ist nervig. Ich habe das Rad eingesprengt. Baby, I hate you. Systemfunktion online, Komponenten-Energievertrag erhöht. Energieverhaltungskinder aktiviert. Fertig. Systemfunktion offline, Komponenten-Systemfunktion online, Komponenten-Energievertrag erhöht. Jetzt muss ich wieder rüberlaufen. Ich glaube gar nicht, wie nervig das ist. Energieerhaltungsfinder aktiviert. Energieerhaltungsfinder aktiviert. Systemfunktion offline, Komponenten-Energieverbrauch gesenkt. Systemfunktion online, Systemfunktion offline, Komponenten-Energieverbrauch gesenkt. Wie soll man das schaffen? Im Ernst, wie? Da ständig irgendein Pisser wieder was ausschaltet. Systemfunktion online, Komponenten-Energieverbrauch erhöht. Und dadurch kommt der nächste Finder und macht wieder aus und dann kann ich wieder rumrennen und bin fast tot und dann fick dich. Ja tut sich nichts. Willkommen bei Future Control Industries. Zugriff garantiert. Büschen geht mit Büschen was auf den Sack hier. Jetzt lass die Schutzkampagne hier unten hin. Du kommst da hin. Primäre Ladung kommt natürlich auch da hin. Deagulieren brauche ich gerade nicht. Oh, ich könnte... Hm... So, warum nicht? Komm, nehmen wir mal triangulieren mit. Deine Waffen verursachen auf zusätzlichen Korrosionsschaden. Nehmen wir dich abgehören, der ist cool. So Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, euer Kashi, Tschüssikowski und Tschüss. Jeden Krupp und Schlepp. Untertitelung des ZDF, 2020